Leute, heute spielen wir mal zum ersten Mal zusammen, zum zweiten Mal, ein Videospiel. Ich muss hier kurz die Tür zu machen. Und bis dahin viel Spaß. Das ist mein PC. Eine richtig starke Maus. Abgefasst, gell? Und dann... ...leicht hier einfach mal los. Das ist so ein Lego. Ein klein wenig, ein paar Stunden später. Halleluja, 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 Halleluja. Okay, ich geh schon raus aus dem Modus. Bleibt mal getrocknet. Cool. Steckt da die Leiche rum. Kann ich bitte die Leiche anschauen? So, Leute, ist da bloß ein kleiner Glitch gerade. Aber anscheinend liegen die Leichen ernsthaft rum. Ein wenig später. Uh, Regie, ein wenig später. Ne. Ja. Ne. Er muss hier wachsam sein. Ein Zombie. So Leute, entschuldigen mich den schwarzen Bildschirm, aber ich habe einen kleinen Klipsch in den Sekt und zwar soll das Ganze sehr, sehr anders aussehen. Und ich lade mir gerade meine neue Version runter, wo es angeblich keine Glitches geben soll. Und die Version ist drum. Ein wenig spät. Gut meine lieben Freunde, ich bin gerade eben so weit gekommen, wie ich vorher war. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr seht schon da meine Lego-Hand und mein Dia-Schwert. Übrigens, ich habe ein bisschen Umrüstung. Ich zeige euch gleich von vorne. Ciao!